Eine Lithiumbatterie bringt viele Vorteile mit sich. Sie ist klein, sie ist leicht und sie ist leistungsstark. Wir haben ganz neu bei uns im Pössl Center eine eigene Lithiumbatterie mit unterschiedlichen Größen. Was die alles kann, wodurch sie sich von anderen Lithiumbatterien abhebt, das zeige ich dir in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Matthias Klein aus dem Pössl Center in Metzingen. Die Lithiumbatterie, die ist verbaut hier unter dem Beifahrersitz drunter. Das ist eine sogenannte Untersitzbatterie. Hier ist auch die serienmäßig verbaute AGM-Batterie verbaut. Für wen lohnt sich so eine Lithiumbatterie? So eine Lithiumbatterie empfehle ich für alle, die oft autark stehen und wenn sie autark stehen, mehr Stromabnehmer dabei haben, wie das üblich ist. Üblich ist das Licht, was ich brauche. Üblich ist, dass ich mein Handy über Nacht mal auflade und natürlich hier drunter, da sitzt der Kühlschrank. Der Kühlschrank, die drei Verbraucher, die habe ich in der Regel immer dabei. Kühlschrank, Licht und Handyladung. Da langt auch eine AGM-Batterie, dass ich eine Weile autark stehen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs meine Haare föhnen möchte, wenn ich unterwegs, immer wenn ich autark stehe, unterwegs meine Akkus vom Fahrrad aufladen will oder meinen E-Roller. Wenn ich meine Kaffeemaschine noch bedienen will, einstecken will oder gar einen Thermomix mitnehmen, dann muss ich mir überlegen, wie ich das mit einer guten Batterie hinkriege und dann kommt die Lithiumbatterie ins Spiel. Und dann, wenn ich 230 Volt hier raus holen möchte, brauche ich natürlich auch noch einen guten Wechselrichter dazu. Was für einen Vorteil hat diese Lithiumbatterie gegenüber anderen Batteriesystemen? Das hier ist eine LIFE PO4 Batterie. Das steht für Lithium Eisen Phosphat. Das Verhältnis von Gewicht und der Kapazität ist bei dieser Lithiumbatterie gegenüber anderen, zum Beispiel der AGM Batterie, natürlich richtig gut. Ich kriege auch die größte von den Lithiumbatterien, die wir verbauen, hier unter der Beifahrersitz drunter. Integriert in der Lithiumbatterie ist ein Batteriemanagementsystem, das dafür sorgt, dass die Batterie nicht komplett leer gezogen wird. Die wird vorher abgeschaltet. Und somit habe ich keinerlei Probleme mit der Tiefenentladung, wie das bei der AGM Batterie zum Beispiel ist. Weil eine AGM Batterie, die serienmäßig hier verbaut ist, die soll ich bis zu 50, maximal 60 Prozent entladen. Und wenn man die weiter entlädt, das ist nicht gut für die Batterie. Bei einer AGM Batterie sagt man, die hat eine Lebensdauer von fünf bis sieben Jahren, so ganz grob. Und danach funktioniert die zwar immer noch, aber vom Ladezyklus her muss die dann oft an der Strom dran. Eine Lithiumbatterie, die hat so etwa wie diese hier 6000 Ladezyklen. Da gehen wir von einer Jahresleistung von ungefähr 12 bis 15 Jahre aus, womit man hier wirklich gut zurechtkommt. Auch im Winter funktioniert die Lithiumbatterie sehr gut. Wenn du im Winter oft unterwegs bist und oft bei Minusgrade unterwegs bist, dann gibt es die Option von einer Temperierung von dieser Lithiumbatterie. Dann ist eine Heizung mit eingebaut, sodass du dann auch, wenn du oft bei Minusgrade draußen bist, dann funktioniert die weiterhin einwandfrei. Was cool ist, ich habe hier auf meiner Batterie einen QR-Code drauf. Wenn ich den abscanne, dann habe ich direkt die App auf meinem Handy drauf und kann damit mit meiner Batterie kommunizieren und sehe dann hier, wenn ich da jetzt auf die Ladestandsanzeige gehe, sehe ich direkt, wie voll sie genau ist. Zu jeder Zeit kann ich dann sagen, oh jetzt ist 50 Prozent, ich muss mal wieder an Steckdose dran oder muss mal wieder fahren, dass sie sich auflädt. Ich habe hier eine Temperaturanzeige, wie war meine Batterie ist. Ich kann hier in Hysterie und gucken, wie ist gestern, vorgestern, wann das letzte Mal ziemlich leer war und so weiter. Das macht auch Spaß, wenn man das so immer mit überprüfen kann, wenn man draußen im Gartenstuhl hockt und denkt, oh Moment, ich gucke mal geschwind, wie viel Prozent habe ich noch. Das ist schon eine coole Option. Das Gute an unserer Batteriefamilie ist, dass wir hier einen sehr hohen Lade- und Entladestrom haben. Bei günstigen Lithiumbatterien ist es oft so, dass der Entladestrom zu niedrig ist. Das merkst du dann, wenn du schön eine Kaffeetasse unter die Kaffeemaschine stellst und drauf drückst und dann denkst du auf einmal, sage mal, das wird nicht voll, was ist denn passiert? Und dann merkst du, oh hoppla, meine Batterie hat abgeschaltet. Und bei unserer Batterie, da ist der Entnahmestrom sehr hoch, da kann dir das nicht passieren. Da kannst du dir zwei Kaffee auf einmal rauslassen und noch unter deiner Kuscheldecke die Heizdecke eingeschaltet haben. Kein Problem damit. Was zeichnet unsere Lithiumbatterie noch aus? Sie ist immer schöner, stabiler Metallgehäuse drin. Ist auch deshalb gut, weil Metall die Wärme sehr gut ableitet. Wir haben unterschiedliche Kapazitäten von unserer Lithiumbatterie. Die kleinen, in Anführungszeichen, wobei die schon richtig groß ist, hat eine Leistung von 100 Amperestunde. Wir haben noch die 150er, wir haben auch die 200er, die 300er und die 480er sogar. Und die alle passen jeweils hier unter meinen Beifahrersitz. Allermeistens empfehle ich unsere Kunden die 100er oder 150er Lithiumbatterie. Die reicht locker aus, um mehrere Tage autark zu stehen, hier und da mal einen Kaffee rauszulassen, hier und da mal die Fahrradakkus oder den E-Roller aufzuladen. Und das in Kombination mit einem Solarmodul dann sowieso. Dann kriegt sie immer wieder auch ihren Saft mit rein. Von daher 100er oder 150er ist schon eine super Ausstattung für das normale Reisen. Wenn du jetzt ein mobiles Büro hast, wenn du jeden Tag zehnmal Kaffee machst, wenn du noch einen kleinen Heizlüfter dabei hast und den ab und zu mal einsteckst, dann empfehle ich dir ein 200er oder sogar ein 300er. Dann bist du mit so einer gut aufgestellt. Da ist es übrigens so, und da haben wir auch schon mal ein Video gemacht, ich verlinke es hier oben zum Thema Solar. Man sagt, wenn man eine 200er Lithiumbatterie einbaut, so als Faustregel, dann, so muss ich machen, so als Faustregel, dann ist es so, dass es gut ist für eine 200er Lithiumbatterie, wenn man 200 Watt aufs Dach macht. Entsprechend der 300er Lithiumbatterie 300 Watt und bei einer 100er 100 Watt, genau. Und wem empfehle ich die 480er? Das empfehle ich Leuten, die mit dem Gedanken spielen umzustellen, weg vom Gas im Wohnmobil hin zu Elektro, wenn man dann Induktionskochfeld nutzt, wenn man vielleicht Heizlüfter nutzt über Strom, dann kommt der 480er ins Spiel. Oder wenn man viele Tage autark steht und mobiles Büro macht, wo man oft der Laptop draufhängen hat, vielleicht noch irgendwelche Lampe, Lichter, Drucker und Scanner einsteckt, dann auch dann kommt das natürlich in Frage. Aber sonst, der 480er, eigentlich braucht es das, eigentlich braucht es das nicht. Oder doch, vielleicht brauchst du es dann, wenn du mal auf dem Stellplatz bist, wo viele andere Wohnmobile stehen und dort hast du einen Totalstromausfall, niemand mehr hat Strom und dann kannst du mit deiner 480er prahlen und sagen, liebe Leute, ihr könnt bei mir einstecken, von mir kriegt der Strom und dafür kannst du gar was verlangen. Und wenn du wissen willst, wie diese Batterie in dein Fahrzeug kommt, dann melde dich bei uns. Wir haben hier das Kompetenzzentrum. Wir verbauen dir diese Batterie unter deinen Sitz. Wir machen dir auch noch Solar drauf. Wir machen dir auch noch einen Wechselrichter dazu rein, so dass du für dich optimal unterwegs bist. Und wenn du ein neues Fahrzeug konfigurierst, dann weißt du jetzt, welche Batterie du für dich brauchst. Und wenn du mir nicht glaubst, dann wir wollen, wie diese Batterie du vorst kamen, wie diese Batterie du für dich womit wird. Und wenn du mal wieder antilegative bist, dann können wir nachher dir auch mal um, was es mal das, weil wir die Batterie du für dich vielleicht auchkeit nicht anstellen. Und wenn du da, vier bist, dann wirst du dich Quellen, wirst du dir mit ihr, könntest. Und wenn du dich erinnert, dann vielleicht auch ein